Hannover bewegt. Die Zukunft unserer Stadt fängt bei den Kindern an. Eine gute schulische Bildung ist der Schlüssel für vielfältige Lebensperspektiven. Schon heute gibt es in Hannover neun integrierte Gesamtschulen und 18 Ganztagsgrundschulen. Das kann sich wirklich sehen lassen. Allein von 2006 bis heute haben wir drei neue integrierte Gesamtschulen eingerichtet. Wir von der SPD setzen uns dafür ein, dass an Schulen die bestmöglichen Bedingungen herrschen. Dazu werden wir die Schulen konsequent weiter sanieren. Ein gutes Beispiel dafür ist die Sanierung der IGS Mühlenberg, der größten Schule in der Stadt. Bis 2016 wird die Schule für rund 63 Millionen Euro komplett erneuert und soll danach nicht nur bessere Lernbedingungen bieten, sondern das ganze Umfeld um die Schule aufwerten. Eine gute Bildung ist die Grundlage für gleiche Chancen, Gerechtigkeit und Teilhabe. Darum wird es in den nächsten Jahren gehen. Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass Hannover wirklich eine Stadt mit Zukunft ist für alle Menschen. Wir wollen gemeinsam weiter.